Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Höffi Show. Wir haben wieder ein richtig tolles Produkt heute für Sie und das ist Tamme. Auf Tamme sitze ich gerade drauf. Das ist nämlich ein super bequemer Schwingstuhl und ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine, sondern ich habe Einrichtungsexpertin Fiona hier bei mir. Hallo Fiona. Hallo Claudia. Schön, dass du hier bist. Ja, Tamme ist super bequem. Sie sehen, ich mache meine Anmoderation heute auch im Sitzen. Ich möchte gar nicht mehr aufstehen. Ist wirklich ganz gemütlich und in einer ganz schönen Optik. Sie sehen hier auch diese groben Nähte. Der Preis, den wollen wir jetzt natürlich auch erfahren und zwar von Fiona. Was schätzt du denn, wie viel er kostet, Claudia? Oh, gute Frage. Also ich meine, er ist wirklich sehr hochwertig, bequem. Wir haben diese gut zu reinigende Mikrofaser. Es ist sehr stabil verbaut. Also ich würde mal sagen, über 100 Euro auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du sitzt, weil genau das ist nicht der Fall. Wir sind da bei 69 Euro preislich. Bei 69 Euro? Ja, genau. Wow, das ist wirklich ein super Preis. Also Stühle in der Qualität, ja, sind meistens doppelt so teuer und deshalb bin ich froh, dass ich dieses Produkt verkaufen darf, weil ich da wirklich komplett hinter stehen kann. Es gibt zwei tolle Farben. Ich habe hier einen richtig schönen Cognac-Stuhl und wir haben ja noch eine schöne Farbe, ne? Hier haben wir ihn in Grau. Wie gefällt der dir, Claudia? Boah, super schön und ich muss wieder die ganze Zeit streicheln und anfassen, weil es einfach so super kuschelig und weich. Was mir super gefällt, ist tatsächlich die Rückenpartie hier hinten, dass die doppelt gepolstert ist und dann nochmal abgesteppt ist. Genau, weil man es einfach total angenehm im Rücken hat und über Stunden da sitzen kann, ohne Rückenschmerzen oder ähnliches zu haben, ja. Als anderen Vorzug finde ich halt wirklich noch, ich weiß, du hast ja selber gesehen, dass dieser Used-Look da ist, dass es wie so ein Wildleder aussieht, das aber gar kein Wildleder ist, sondern Mikrofaser, ja. Okay, was ist da für ein Vorteil? Der Vorteil ist tatsächlich, dass es immer gut zu reinigen ist, sehr einfach, pflegeleicht für Kinder, Familien und mit Haustieren beispielsweise ist das top, weil man kann es wirklich einfach immer mit destilliertem Wasser und Mineralwasser und Kernseife einfach abwischen und fast alles geht weg. Also wirklich super pflegeleicht. Wir haben Tamme ja jetzt hier bei uns am Esstisch stehen und Tamme sieht natürlich auch von hinten richtig schnuckelig aus. Ich drehe das mal um. Also auch von hinten wirklich mit der Mikrofaser bezogen, das ist sehr schick und man kann ihn also auch freistehend im Raum haben, ohne dass das irgendwie komisch aussieht. Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Gestell. Wir haben hier ein Rundrohrgestellt. Superschön finde ich wirklich das Edelstahlgebürstete, weil das hat so diesen klassischen Look und es ist so zeitlos und es ist überhaupt nicht kratzempfindlich. Und was wirklich noch ein großer, großer Vorteil ist, dass wir da drunter Kunststoffglätter haben. Ah, deswegen lässt er sich auch so super easy und leicht schieben. Genau. So, und wenn Sie sich genauso in Tamme verliebt haben, so wie ich, und Sie möchten ihn gerne zu Hause stehen haben, dann können Sie das natürlich tun. Sie können Tamme einmal im stationären Handel kaufen, vielleicht sogar bei Fiona in Berlin-Schöneberg. Würde ich mich sehr freuen, ja. Genau. Kommen Sie gerne vorbei. Natürlich können Sie Tamme auch online kaufen oder Sie rufen einfach in der Hotline an und lassen sich noch ein bisschen beraten. Und wenn Sie gerade einen Esstisch einrichten zu Hause, man braucht ja auch ein paar mehr Stühle, lohnt es sich jetzt auf jeden Fall zuzugreifen, denn eine Woche ist der Preis von 69 Euro gültig. Und ja, in den zwei Farben Cognac und Grau passt er auch garantiert überall super rein. Genau. Und ich freue mich auf Ihren Versuch dann. Ja. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Surfen. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Da haben wir ganz tolle Produkte und wir stoßen jetzt nochmal auf Tamme an. Genau. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Tamme. Prost. Prost. Abrivos habe Ja. ! ascend oder Geburt ant wir